Sonne, Strand und Surfen? Nicht, wenn man mit dem Morlock-Chef unterwegs ist. Davon kann Fabian ein Liedchen singen. Es ist jetzt sieben Uhr morgens und gestern haben wir besprochen, dass wir uns um halb sieben treffen. Und ich warte jetzt noch auf den Michael und die Julie, die uns gestern abgeholt hat. Immerhin, der Chef ist schon mal wach. Fabian! Und? Ausgeschlafen! Jawohl! Heute fahren wir in so einem Riesenschrottplatz in die Wüste. Das wird bestimmt supergeil. Organisiert hat den Trip Morlock Motors Mitarbeiterin Julie. Also reiber, ne? Ist die alle gefädelt, gedurstelt, gefaltet und was weiß ich was haben? Ja, du musstest ja auch unbedingt hier so ein Model suchen. Du hättest ja auch ein Mädchen suchen können, was aussieht wie ein Kerl. Dann geht das schneller. Ja, aber da kriegst du keine Genehmigung und keine billigen Autoteile. Ja, das stimmt. Guten Morgen! Hey, guten Morgen! Sind Sie alle bereit, um heute in den Desert zu gehen? Ja, wir sind. Hast du Wasser? Nein. Wir gehen in den Desert mit keinem Wasser? Nein, wir werden Wasser kaufen. Komm, einsteigen, abhauen. Du wolltest fahren, ne? Ja, selbstverständlich. Ich fahr gerne. In Deutschland gibt es kaum Teile für Michaels US-Cars. In Amerika natürlich schon. Man muss sie nur finden und einen guten Preis aushandeln. Denn obendrauf kommen noch die Kosten für Transport und Zoll. Wir haben ja mittlerweile echt Schwierigkeiten, Karosserieteile für unsere Autos zu verlieren. Ja. Also, haben wir jetzt noch so einen riesen Schraubplatz gefunden, der liegt mitten in der Wüste. Fahren wir jetzt viereinhalb Stunden hin und hoffen, dass da noch mehr von diesen Pick-up-Teilen rumliegen. Genauer gesagt, Türen, Kotflügel und Britschen. Gerne Haufenweise. Denn der Bedarf der Steel Buddies ist enorm. Ob er aber hier, mitten in Nirgendwo, tatsächlich gedeckt wird? Cool truck. Hi. You're gonna sell it? Yeah. How much? Uh, asking 25 for a better off. You know, we have to export it, then we'll kill everything. You know, 25 plus the tax plus the export. But it looks really cool. Thank you. Der Chevy C-10 ist von 1964. Pass auf, das ist doch so eine typische Karre. Weißt du, haben sie zehn Scheine in die Lackierung gesteckt, ja, und keiner kann die Zündung einstellen. Los geht die Suche auf über 10.000 Quadratmetern. Zwischen tausenden Autos und Teilen müssen die Steel Buddies die Spreu vom Weizen trennen. Das ist das erste Mal, dass so ein Schrottplatz so aussieht, wie man sich das vorstellt, ne? Alter. Der alte Jeep. Oh, this is so cool. Das ist der Michael in seinem ganz natürlichen Habitat. Da gehört er hin. Auf so einen Schrottplatz, zwischen so ein paar alten Autos, das ist genau sein Schlachtfeld. Die Schlacht ist allerdings erst gewonnen, wenn sich zwischen den ganzen US-Classic-Cars auch die benötigten Teile finden lassen. Alter, das sind aber fette Karren, ne? Mann. Wie Butter. Geht zu wie Butter. It's like an old station wagon, that may not be a woody wagon, but it's... Oh my gosh, so cool. Oldtimer, schön und gut. Aber Michael sucht Teile. Well, there's some things missing. Michael verkauft Blazer und Pickups der Army. Auf die passen aber auch die Teile ihrer zivilen Verwandten. Und davon gibt es hier viele. Zu viele. Brian soll bei der Suche helfen. How much that would be? For the part? You know, the whole truck. 1500? 1500? Okay, what engine is it? It's a 6-cylinder. It's what? 6-cylinder. 6-cylinder? Yeah. Can we have a look? A V6? Yeah. What is that? 4,3 liters? No, it's a 6-in-line. Oh shit. Alter, das ist einer der schlimmsten Motoren, die es gibt. Warum? Ja, das läuft nie, Alter. Das ist doch wie furchtbar. That was crazy. Das place is haunted. Auch was die Teile-Suche betrifft. Die Ausbeute nach knapp drei Stunden Rundgang gleich null. Is that a long bed or a short bed? Short bed. Shit. Eigentlich läuft es noch nicht so richtig gut. Wir waren sehr lange im Auto unterwegs. Wir haben irgendwann mal so ein Gerücht gehört, dass es irgendwo hier in der Wüste einen großen Schrottplatz gibt, der genau die Teile hat, die wir suchen. Das ist er noch nicht. Oder haben die drei einfach noch nicht genau genug hingeschaut? Ja, für uns interessant sind natürlich nur die Teile, für die wir brauchen, um unsere Autos zusammenzusetzen. Weil wenn du hier anfängst, irgendwelche Sachen zu sammeln, dann hört das nie auf. Oh, 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 okay. Okay, okay, komm mal her. Alte Hauben, alte Türen. Guck mal, da die Kotflügel, die sehen doch richtig aus. Ja. Da vorne die Reihe mit Kotflügeln, das sieht doch genauso aus wie das, was wir suchen. Und es ist schon abgebaut. So, vier Türen. Pass auf, Türen. Komm mal her, Türen. Türen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Noch ein Kotflügel, noch einer, noch einer, noch einer. Okay. Oh, 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 okay. Okay. Endlich, ein Treffer. So kann es weitergehen, wenn der Preis stimmt. Eine Brütsche. Zwei Kotflügel. Zwei Kotflügel. Die sehen doch gut aus. Ja, ja, das ist gut. Das Problem ist, der Typ kennt sich aus. Ich sage dir, was es hier billig gibt, gar nichts. So, jetzt müssen wir den Typ mal packen und den mal richtig gut zureden, damit wir hier was verdienen können. Hast du noch irgendwas anderes Interessantes gesehen oder sind es wirklich nur die Blazerteile? Jetzt komm mal her, pass auf. Pass auf, fangen wir mal an. Wir sagen jetzt mal, das Ding hier kostet dreieinhalb. Dann kostet der am Hafen vier. Dann kostet der in halben Container nochmal zwei mit allen Kosten. Dann steht der in Hamburg und dann ist es sechseinhalb bis der in Peterslai ist. Jetzt fängst du an, dieses Auto zu reparieren. Ist klar, ja. Sechseinhalb. Scheibe sieben. Armaturenbrett sieben. Vier. Sitze neu aufpolstern. Welche Sitze? Ja, acht. In Lenkrad rein. Acht, zwei. Batterien, Ölwechsel, Bremsen. In Zehner. TÜV und so den ganzen Mist. Elf. Dann lässt es lackieren, sind dann? Wer lackiert es denn? Nee, müssen wir abgeben. Damit das eine gute Farbe hat, sind das 13, 14. Und jetzt musst du noch ein Jahr warten, bis das einer kauft. Ist also kein gutes Geschäft. Bei dir. Da. Bei dir.